Herzlich Willkommen im Fitnesspark Hallenbad Oberhofen. Bei uns sind Sie an der richtigen Adresse, wenn Sie Ihrem Körper und Ihrer Seele etwas Gutes tun wollen. Straff statt schlaff, schützend statt schmerzend. Kräftige Muskeln verbessern die Figur, stärken das Selbstbewusstsein und eliminieren Schmerzen. In der Fitness-Arena stehen zahlreiche Stationen, an denen Sie auch den hintersten Muskel aus seiner Reserve locken können. Die Bewegungen genießen, realisieren, wie der Puls schneller und die Konzentration intensiver werden. Von Montag bis Freitag bieten wir eine Vielzahl attraktiver Kurse an. Das 25 Meter lange Schwimmbecken ist 28 Grad warm, das Leerschwimmbecken mit Massagedüsen sogar 30 Grad warm. Am Donnerstag und am Freitag wird die Wassertemperatur um weitere 2 Grad erhöht und das wohlig-sinnliche Badeerlebnis um eine zusätzliche Dimension gesteigert. Auch für die Kinder hat es ein Highlight. Die 68 Meter lange Wasserrutschbahn lässt jedes Kinderherz höher schlagen. Der Fitnesspark liegt mitten in einem traumhaften Park und bietet Ihnen einen fantastischen Ausblick auf den Thunersee und die Berner Alpen. Sich auf sein Inneres konzentrieren, total entspannen und gleichzeitig das Immunsystem stärken, das alles verspricht ein Saunabesuch. Durch die unvergleichliche Lage direkt am Thunersee mit der schönsten 18-Loch-Minigolf-Anlage weit und breit werden Sie sich bestens entspannen. Trainieren, entspannen, auftanken, loslassen, wo es am schönsten ist. Der Fitnesspark und Hallenbad Oberhofen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017